Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Ignatoren zu einem neuen Part Kubis Planet Robobot, Kubi Planet Robobot mit dem Zwergenfürst. Wir besiegen heute die Sternentrauben, das sieht ziemlich final aus, oha, ich denke mal ausweichen hier, merken wie jemand feuert, scheint mit B zu gehen, habe ich gerade wieder verlernt, ok, joa, scheint ziemlich final zu sein schon dieser Kampf hier, ausweichen und schießen, ausweichen und schießen, immer ausweichen und schießen, das ist die Devise für diesen Kampf. Oha, und die Bomber natürlich zerstören, wo sie uns zerstören, pein so als ob dieser Sternentrauben auch ein paar mehr Ebenen hat als sonst so die Bosse. So habe ich es mir sagen lassen, das heißt der Kampf sollte ein bisschen länger dauern, aber die Musik ist auch dauernd nicht leise, nicht weil ich die auf meinem 3DS leise gestellt hätte, nein, ich glaube nicht, nein, ich habe die einigermaßen laut gestellt, aber es ist hier generell ein Grad sehr leise. Okay, da haben wir was abgefeuert, okay, da haben wir was abgefeuert, Energie, Sterne haben wir rausgefeuert, das Herz, okay, Roboblocks, achso, die hätten sie da feuern müssen, okay, nicht, okay, hier sind ihre Waffen, muss ausweichen, ah, Roboblocks, ja, die haben wir kennengelernt, diese Let's Play, diese Let's Play Reihe. Warum ist die Musik so leise? Für einen finalen Kampf müsste die Musik doch deutlich lauter sein. Nein, mein 3DS ist auf guter Lautstärke. Ballern wir mal drauf los, den Schild zerstört und fast zur Hälfte besiegt, jetzt sogar schon zur Hälfte. Oh, was passiert, der Bildschirm verdunkelt sich, nein, nicht der Bildschirm, sondern der Hintergrund. Oha, eine neue Stufe, eine neue Ebene. Sie schießt mit Sternentraum, schießt mit Strahlen, okay, ich bin auch schon zur Hälfte. Na ja, könnte sein, dass wir einen zweiten Versuch brauchen, je nachdem wie gut ich bin, sieht aber schon episch aus. Das ist auf jeden Fall nice. Oha, Kometen, ausweichen, 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 ausweichen und dann feuern. Ah, da geht. Zieht wohl nicht so sehr ab, so sehr viel ab, meine ich natürlich, mein Blaster hier. Aber auf Dauer, wenn ich ständig wallere, zieht das schon etwas ab. Aber leider werde ich auch häufiger mal getroffen. Da sollte ich aufpassen. Die Hellung habe ich schon vergoldet. Das ist schlecht. Oha, sieht schlimm aus um mich. Ah, ich sollte mich gar nicht mehr treffen lassen. Und es hat schon wieder ein Schild, ein Herzschild. Gut, dann schneid das ihr für euch zusammen. Sollte ich euch jetzt Game Over gehen, muss das ihr nochmal geschnitten werden. Uaaaaaah, gehen wir schnell drüber. Ach, Kacke, das sollte nicht passieren. Nein, 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 nein. Okay, Sternentraum ist doch schon gut besiegt. War aber auch nicht so schwierig, also wir können ein zweites Mal schaffen. Das ist nicht so wild, nicht ganz so wild. Aber ich hoffe, das ist jetzt noch zu schaffen. Ach, du Scheiße, was passiert hier? Ich habe sie aus den Augen verloren. Und da ist sie. Ah, da gehe. Ah, mit A kann ich hier. Ich habe sie erledigt. Ich habe sie besiegt. Nice Sache. Haben wir es doch noch geschafft, die Sternentraum zu zerstören. Da sinkt sie hinab. Ist besiegt. Naja, okay, sie scheint noch erstaunlich gut intakt zu sein. Ja, erschreckend gut intakt ist sie. Es wird sie in die ganze Basis transformiert. Alles klar. Sie steht wieder auf. Viel größer und stärker als je zuvor. Na toll, na, spitze. Jubis Raumschiff. Jubis. Die Riffsflatter. Das Mutterschiff. Ist breit. Und greift es noch einmal an. Hoffentlich habe ich jetzt die Energie wieder aufgeladen bekommen. Sternentraum voller Energie. Und ich natürlich mal wieder nicht. Ja, wäre ja unfair. Wenn man mir wieder voller Energie geben würde. Sternentraum tankt sich wieder komplett auf. Und ja, ja, Kirby darf mit seinen begrenzten Energien leben. Na toll. Das müssen wir doch nochmal versuchen. Nur noch von Anfang an nochmal machen. Ich schneide es euch eh zusammen. Aber ja, für mich ist es ein bisschen blöd. Ah, nein. Der finale Kampf. Und war klar, dass mir hier nichts gegönnt wird. Schießt trotzdem ordentlich weiter drauf. Kämpfer bis zum letzten Atemzug. Wer seid ihr denn bitte? Was seid ihr denn hier für Olaf's? Okay, den Elm muss noch besiegen. Okay. Der kommt mir erstaunlich nah. Erstaunlich ist das nicht, aber erschreckend. Na komm. Da hat sich ein Teil abgelöst. Und das gut ist unerschläßig. Das weiß ich nicht. Es scheint gut zu sein. Warm. Irgendwas feuert er jetzt. Ja, der Sterntraum hier. Der Sterntraum und die Sterntraum. Der Traum? Oder ja. Die da, die miese genannt wird. Nein. Da hört man halt nichts im Vakuum. Ruhaha. Schlecht, schlecht, schlecht. Ich krieg die nicht abgeschossen. Ruhaha. Schieß doch mal, Kürbi. Schieß. Es geht um dein Leben. Es geht um das Leben der Galaxie. Um des ganzen Universums. Um Kürbi Land. Schieß. Schieß, schieß, schieß. Da wird geschossen. Da wird auch nicht reingehauen. Mit ordentlichen Ballereffekten. Da wäre das hier noch besser. Aber man kann ja nicht alles erwarten. Nicht alles verlangen. Okay, ich bin auch schon zur Hälfte. Und der zweite Teil ist abgegangen. Das zweite Teil. Sorry. Dramatikalischer Marsch. Ein Laser A wird abgeschossen. Das ist das A von Sternentraum. Zu etwa. Kommt mir alles hier wie ein Traum vor. Vor allem wegen der blassen Musik hier. Huuuah. Ist gar nicht gut. Hellung. Ein bisschen Hellung. Darf auch mal sein. Vor allem wenn sie schon fast besiegt ist. Nie ist da der Traum. Star Dream. Muss die wahrscheinlich in Englisch heißen. Man kann nur für eine Suppe hören. Aber... Schätze, so ist das. So. Ohr. Nicht rauffeuern. So lange du kannst. Ah, die Roboter wieder. Waren wir schon so weit? Oder war das in der ersten Stufe? Ja. Ich fürchte, es gibt noch eine dritte Stufe. Aber erstmal müssen wir die zweite Stufe schaffen. Es kann sein, dass die dann wieder gesichert wird. Das war dann die dritte. Neu angehen dürfen. Das wär's. Und wieder sind es Teile abgelöst. Woden. Und fliegen davon. Das sieht gut aus für mich und schlecht für die Sterntrauben. Es könnte tatsächlich wirklich sein, dass die im Original Star Dream heißt. Oha, da kommen die Zacken zum Vorschein, die wir in einzelnen Welten besiegt haben. Umwelt 1 bis 5. Ah. Okay, die kommt erstaunlich nah. Erstaunlich und erschrecklich nah. Nein. Das finde ich gar nicht gut. Die gefällt mir gar nicht. Ich hab die fast besiegt. Komm, weiter feuern, weiter feuern, weiter feuern, weiter feuern. Ah, zack. Spitze in Klasse. Und den Teil dann auszweichen. Durch den Weltraum geflogen kommen. Und die dritte Ebene. Der Sterntraum an sich. Kämpfen, ja. Die werden natürlich wieder vollends aufgeladen. Und Attacke. Volle Kanone. Wir werden auch diese Ebene besiegen. Diese dritte Stufe. Was, was zum, was zum Geier. Wer los eingesaugt. Nein. Das ist aber eine Attacke. Was zum Henker. Das macht sie. 5, 4. Ne, nur eine 5. Okay. Schön drauf ballern. Lassen wir uns nicht nochmal einsaugen. Wo ist die hin? Da ist die hin. Nein, da ist die nicht hin. Was? Zum Geier. Alles bunt hier. Knallbunt. Okay, ich muss dann auffeuern oder was? Huha. Sieht schlecht aus um mich. Ich muss erstmal den Kampf hier etwas anschauen. Gucken, was mich erwartet hier. Und der Hahn. Und bevor ich hier ziele und was machen kann. 4. Das ist doch ein Countdown. Ein Countdown zu was? Zu wahrscheinlich nichts Gutem. Okay, wir haben hier wenig abgezogen. Sehr, sehr wenig. Okay, ein Zirkel. Das scheint hier wirklich ein Traum zu sein. Ein bizarrer Traum. Von Kirby. Das wäre ein sehr ins Zwischen das Ende. Und Kirby dann aufwacht und 3. Kirby aufwacht und das als nur ein Traum war. Ja. Ist doch immer die blödeste Variante ein Spiel aufzulösen. Oder eine Geschichte. Eine Uhr. Obwohl bei diesem finalen Kampf. Könnte ich mir fast vorstellen. Aus welchen. Ah. Musste ich auch abschießen oder was? Ah. Verschluckt's. Nein. Da war es wieder nichts geschehen. Lungen aufheben. Und hier ordentlich reinballern. Schön ausweichen. Hier. Und die Energie brauche ich für die dritte Phase. Na schön. Ich schneide es euch zusammen. Braucht wohl ein paar mehr Versuche. Als man eigentlich brauchen sollte. Ausweichen. Da ist sie wieder besiegt. Die zweite Phase. Ein bisschen Energie haben wir noch. Die Sonne. Die Star. Star Dream Sonne. Die Musik kennen wir. Ganz leise. Aber wir kennen sie. Meine Batterie hält noch ein bisschen. Ja. Im 3D-Effekt ist das Ganze hier noch. Vor allem die zweite Phase. Sehr viel schöner. Nein. Nicht verschluckt werden. Das hätte man verhindern können. Okay. Ich muss meine Energie aufheißen. Ich habe noch eine Energie. Verdammt. Die brauche ich viel dringender. Am Ende des Kampfes. Und schon in dieser Phase. 5. Was wohl bei uns passiert. Wir werden es wahrscheinlich heute noch sehen. In diesem Part. Sehr wahrscheinlich. Ich weiß nicht in wie viele Parts ich das jetzt unterteilt habe. Wir werden es sehen. In diesem Kampf. Da. Macht Sinn, dass das ein Part ist hier. Nach diesem Kampf hier. Obwohl ich besiegt werde hier. Wenn der Hahn weg ist. Energie. Boah. Ja. Ein bisschen Schiss. Habe ich. Ja. Ist schon ein bisschen fronand. Hier der finale Kampf. Aber so soll es ja auch sein. Feiern wir. Feiern wir. Und jetzt ausweichen. Oder jetzt nicht ausweichen. Dem Zirkel. Sonst wirst du berechnet. Schön ausweichen hier. Ein bisschen kenne ich den Kampf ja schon. Except ist es auch. Urdünstlicher. Ja. Schießen. Schießen, schießen. Das zieht viel zu wenig ab. Verdammt. Ich meine. Ich habe meine Energie erst auf halb. Das heißt erst. Schon auf halb. Die Gegner. Und dann die Gegner wohl abgezählt. Oh man. Nicht treffen lassen. Nein. Ausweichen. 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 Für mich ausweichen. Schlicht. Lass dich nicht treffen. Ohohoho. Und da kommt die Sternstraum wieder. Schön draufdrücken auf den B-Knopf. Den B-Knopf kaputt machen. Schrotte die B-Knopf. Mach die B-Knopf kaputt. Und den ausgewichen. Oha. Schwerer gesagt als getan. Erleichter gesagt als getan. Und gesagt ist natürlich sehr leicht. Leicht zur Hälfte besiegt. Und erst die Hälfte. Oha. Da mag noch viel kommen. Ball auf S. Mach kaputt was dich kaputt macht. Oha. Und das ging schnell. Na komm. Die Hälfte. Eins. Oha. Der Countdown. Das beendet. Der Auszuweichen ist schon etwas schwieriger. Jetzt fast geschafft. Nein. Und meine Energie ist alle. Fast alle. Schieß, schieß, schieß. Und was wohl die Null sein mag. Ich hab Angst davor. Das Fernrohr zerstören. Das Fernrohr zerstören. Bevor es nicht zerstört. Zerbrich ist. Ja. Ich dachte zerbrich ist. Es ist schwer daraus zu weichen. Zerbrich ist. Kacke, 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 kacke. Ah. Sie sieht meine Energieleister. Die ist sehr mies. Und mein DS-Akko blinkt auch. Und den ist auch nicht sehr gut bestätigt. Go. Nein, nicht Go. Fatal Error. Was zum Gehler. Ja. Das ist ein fataler Error. Was haben wir geschenkt bekommen? Vom Spiel. Weil das schon so und so geht. Versuch ist. Und ich ballere los. Mal sehen, die uns das hilft. Die uns das helfen wird. Und ich schneide wieder. Das müsst ihr kein zweites Mal sehen. Das ist kein drittes Mal. Da sind wir wieder bei zwei. So. Sieht sehr gut aus. Bisher schmerzlos. Immer die Sachen hier besiegen. Ganz dolle drauffeuern hier. Woher sie sich besiegen. Nice. Bisher sehr gut gelaufen. Ihr seht meine Energiebalken. Die sind sehr gut. So. Hier ordentlich drauf an. Die 1. Die kann man kaum schneller sein als die 1. Aber zum Glück habe ich noch einen vollen Balken. Gut, dass man sich so aufheben kann. Die Gm-Thomas habe ich natürlich auch schon verbraucht. Hier drauffeuern. Jetzt kommt gleich das Go-Go hier. Schon drauffeuern hier. Fernrohr. Bevor es uns angreift. Bevor es uns sieht. Mach kaputt. Und es draufhauen. 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 Am besten bevor das Go-Go kommt. Und. Ah. Zack. Nur noch wenig. Nur noch ganz wenig. Ganz, ganz wenig. Total error. Ja. Okay. Okay. Das ist tragisch. Ein tragischer Flust. Da ist sehr viel eingesteckt. Und ich habe es besiegt. Nice. Jetzt ist es hoffentlich vorbei. Nach dem dritten Mal. Aller guten Dinge sind drei. Vorüber ist es mit der Sternsraum. Da hat es sich ausgeträumt. Game over. Bam. Haben wir es. Was? Sie lebt noch. Nein. Was zum. Der schon wieder. Demeter, na jetzt. Der Kampf ist noch nicht beendet. Sternentraum. Nochmal besiegt. Ach du Scheiße. Was soll der Mist? Ich dachte wir hätten die. Ich gebe die denn niemals auf. Sternentraum. Das ist ja der Halsmann innen drin. Wir schrauben uns durch. Durch die Schilde. Bis zum Sternentraum. Na jetzt wird geschraubt. Jetzt wird geschraubt. Jetzt wird geschraubt. Ich schraube ich schraubt. Jetzt geht es zäh. Jetzt geht es zäh voran. Aber es geht. Wir werden langsam aber sicher. Und aufgeschraubt. Und aufgeschraubt. Müsst du. Jetzt gib aber mal ein Ende. Jetzt zersplittert sie. Jetzt ist sie am Ende. Jetzt wirklich Game over. Aber sowas von. Wir haben die Explosion gesehen. Das ist ein Ende. Jetzt wird keiner mehr überleben. Oh. Ja. Auch Kirby. Den hat es das auch sehr mitgenommen. Und der Kampf war nicht leicht für ihn. Zurück auf seine Welt. Auf seinen Sternen geschleudert. Und dem Stern geht es wieder gut. Die Mächer hält man. Sachen verschwinden. Und der Frieden kehrt zurück. In das Land von Kirby. Und King Dedede. Alles ist wieder schön. Bunt. Und lebhaft. Ein richtiger Traum. Kein Sterntraum. Ein wahrer Traum. Das ist der König. Na. Und unsere Freundin jetzt zum Schluss. Und es verschwindet hoffentlich alle Technik. Alle. Mächer. Sache aus dem. Königreich hier. Auch der soll sich verpissen. Den bekämpfen wir ein anderes Mal. Oh ja genau. Kirby winkt zu. Ferdinisiert euch. Und das Spiel ist bestanden. Die Mission ist. Da steckt Kirby nochmal in seinen Planet Robobots. Und schaut sich die Credits an. Da kommen sie geflogen. Ja. Ein Fazit. Das kommt auch hier gleich mal angeflogen. Ein Fazit über dieses Let's Play. Über diese Let's Play Reihe. Wo soll ich anfangen. Ich fange damit an. Das ist ein sehr schönes. Buntes. Und abenteuerliches Spiel ist. Für. Die Kleinen auch. Ganz besonders. Für die. Kinder und kindlich gebliebenen. Kinder und Kinder gebliebenen. Sehr schön. Türby der kleine pinke Held. Man schließt ihn irgendwann automatisch in sein Herz. Auch wenn man ihm. Wie ich muss ich wirklich zugeben. Am Anfang gegenüber sehr skeptisch ist. Und ja. Ihm nur vorteilmäßig. Vorurteilmäßig meine ich natürlich. Gegenüber steht. Und nicht sehr viel von ihm hält. Man schließt ihn mit dem Abenteuer. ins Herz. Man lebt fertig. Sehr viele Sachen mit ihm. Und ja. Man lernt ihn zu lieben. So. Die Grafik ist sehr schön gehalten. Hier. In schönem 3D. Ja. Die Levels. Kunterbunt. Und. Immer in die Überraschung. Fahrrad. Es wird wirklich nie langweilig. Es ist. Es ist wirklich immer was anderes. Ihr seht es dort rechts oben. So ein Bild. So ein paar Bilder. Es ist halt auch in den Bosskämpfen. Die Bosskämpfe sind vom Aufbau doch relativ immer die gleichen. Und die Levels doch auch immer die gleichen. Aber. Ach ja. Susi. Susi Bot. Danks. Dedede. Ja. Ein Abenteuer für sich würde ich sagen. Sehr schön gestaltet. Von der Musik her. Ja. Die Musik ist auch sehr ordentlich. Jetzt im letzten Bosskampfhättchen. Jetzt noch was gewünscht im Finale. Ein bisschen mehr reinhauen. Finale. Finale. Da muss ordentlich hier. Bram. Draufgehauen werden. Ja gut. Das heißt. Kann man sich auch so erklären. So sterntraummäßig und so weiter. Ja. Der Haltmann. Der ist am Ende durchgedreht. So. Sein Geldwahnsinn. Ja. Kommen wir aber auch mal zu den nicht so guten. Beziehungsweise schlechten Eigenschaften des Spiels. Ja. Wie soll ich es ausdrücken. Und es ist dann doch für mich ein wenig zu. Ich muss sagen. Kindlich gewesen. Der Bosskampf. Ja gut. Da habe ich jetzt im finalen Bosskampf ein paar Anläufe gebraucht. Auch zwischendurch mal ein paar Anläufe gebraucht. Aber es ist wirklich ein Hauch zu einfach. Auch innerhalb der Levels gestrickt. Ja. Das ist halt auch für kleine Kinder. Und die sollen dann auch nicht aufgeben. Und die sollen dann auch gerne weitermachen wollen. Und das mag ich ja auch immer. Wenn es dann halt auch so ein bisschen motiviert. Wenn es dann halt so sagt. Komm. Ich gebe dir noch eine Chance. Aber es war mir zu simpel. Zu einfach gestrickt. Zu einfach gestrickt. Tja. Er nieder. Mit Fragezeichen. Nur konnte ich gar nicht mehr so viel sagen. Zum Negativen. Der Klassikmodus ist zurück. Albtraum. Meta Knight. Meta Knight. Zurückkehr ist jetzt verfügbar. Lesen kann ich immer noch nicht. Lass Siege aufeinander folgen. Die Arena ist öffnet. Du kannst Rekorde der Arena. Und von Albtraum. Meta Knight. Rückkehr über die Street Pass teilen. Aktivierst du Street Pass. Kannst du deine Bestzeiten mit Spielern in der Nähe teilen. Joa. Schauen wir mal kurz in die Albtraum. Meta Knight. Rückkehr. Joa. Ah. Jetzt kann man das Ganze auch nochmal auf einem schwierigeren Modus. Ja. Spielen wie es ausschaut. Und hier halt man nochmal rüber schweben. Das Meta Knight. Kann man die Meta Knight nochmal spielen. Das ganze Abenteuer nochmal. Das ist das erste Level. Falls einiges nicht wissen. Wenn man mit Meta Knight durchspielt. Ich denke das wird ein bisschen schwerer sein. Also für die, die sich beschwert haben. Hallo hier. Das Spielzeiten sei zu leicht. Gibt es ja auch noch einen Herausforderungsmodus. Ja. Ich meinte ja auch nicht. Ich meinte ja auch eher. Die Kindlichkeit auch wirklich ist es. Ja. Ihr wisst was ich meine. You know what I mean. War da nicht das Ende. Das Ende mit Fragezeichen. Es wird bestimmt noch ein weiteres Kirby-Abenteuer geben. Auch auf meinem Kanal. Vielleicht ein älteres Projekt. Oder ein neues Projekt. Was demnächst in den Handel kommen könnte. Wer weiß. Was geschieht. Oh. Wir müssen auch gegen die kämpfen. Ja. Die sind jetzt DDD-Helfer. Hm. Die sind natürlich nicht auf meiner Seite. Hm. Muss man dann gegen Kirby kämpfen? Hm. Das wär's. Gegen Kirby kleine Tromobots. Als Meta-Nights. Hat man den Hals mal dann auf seiner Seite oder was? Ah. Ich krieg solche M-Münzen. Ich will ja jetzt nicht ein neues Level schaffen hier. Ich bände mal ganz kurz. Viel gab's auch nicht auszusetzen an dem Spiel. Die Bewertung des Parts. Ähm. Ich würd's aus dem Bauchgefühl her auch wegen der Kriterien, die ich genannt habe, auch gemeinsam mit den Kriterien zusammen und dem Bauchgefühl würd ich so auf ne doch gute Wertung, also gut im Sinne der Schulnote 2, gut im Sinne der Wertung, sagen wir 85 Prozent, 85 Punkte von 100, geben. Kann ich die irgendwie einscannen? Schaut's nicht so aus. Tja. Amiibo-Funktion gibt's ja auch noch. Die haben wir noch nicht getestet. Ich hab' ja kein Amiibo-Port hier. Ich hab' nicht die Möglichkeit dazu. Hm. Ja. Das hätte man auch noch zeigen können. Ich hab' das Ganze auch noch ein bisschen aufgewertet, das Let's Play. So. Dann würd ich mal sagen, ich freu' mich, dass ihr dabei wart bei diesem Projekt, dass ihr mich bis zum Ende begleitet habt. Wertung 85 Prozent. Mach' mal ne glatte 85 draus. Sind wir heute mal freundlich. Mach' mal keine Kommazahl draus. Das ist 85,0. Das hat halt die Abzugspunkte, das halt auch so ein bisschen, na, flach ist. Das ist halt wirklich flach, wie ich's finde. Aber ich will ja nicht mit diesem bösen Urteil jetzt enden. Es war sehr gut, es hat Spaß gemacht. Also 85 Prozent ist ja, es ist schon sehr im oberen Bereich, also für alle Fans. Kleines Augenzwinker. Es gab auch schon ein Spiel, oder es wird ein Spiel geben, für das ich schon eine geringere Anzahl geplant habe. Ich glaub' Mario Party Island Tour, das hab' ich sehr schlecht bewertet. Na, was heißt sehr schlecht, mit 75 Prozent hab' ich das glaub' ich bewertet. Das ist auch nicht grad' schlecht. Komm, wir beenden das Level hier an dieser Stelle. Wir beenden diesen Fahrrad an dieser Stelle. Darf ich nach oben, sollt's euch gefallen haben. Sollt ihr euch dieses Projekt gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr auf meiner Kanalseite seid. Und ja, kein weiteres Video, wenn man mit dem 2er Röster passen wollt. Ach, ich hab' auch noch ein Timelimits dort unten, oder was? Ja, egal, ich werd's sowieso nicht weiterspielen hier. Ich werd' das jetzt auch beenden, das Spiel. Ja, ich freu' mich, wenn ihr beim nächsten Projektvideomits dabei seid. Welches Projekt das nächste ist, das überlasse ich euch, eurer Sichtweise, welches das nächste zu schauende Let's Play ist. Es gibt einige auf meinem Kanal, die parallel laufen. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, gehabt euch wohl, bis zum nächsten Projekt, bis zum nächsten Let's Play. Hau drinnen. Ciao, ciao. Und davon findet ihr auch. Adios. Bis 다시. Bis dann. Bis dann. Bye. Untertitelung des ZDF für funk, 2017